einen wunderschönen guten morgen und herzlich willkommen zum heutigen webinar forex pro systeme live trading mit torsten helbig mein name ist nelson cardoso neto und begrüße den namen von fx flat und freue mich dass sie heute live dabei sind wenn sie zum ersten mal dabei sind dann können sie rechts die chat funktion nutzen und entsprechend fragen rein stellen wir schauen uns den risikohinweis an denn dieses wieder dient wir immer nur zu schulungs und informationszwecken sie müssen ihre eigene entscheidung treffen bitte nicht dieses event als handelsberatung oder anlageberatung bzw handelsempfehlung verstehen ja das ist wichtig okay dann auch noch mal offiziell für die aufzeichnung guten morgen torsten ich übergebe sehr gerne bildschirm und wünsche dir und allen viel erfolg und viel spaß wie war das jetzt mit der chat funktion kannst du mir das noch mal erklären ich schreibe den mann nicht ich war noch nicht so oft hier so bildschirm raussuchen ich komme mir vor wie im callcenter hier morgens mein kleines schnurloses headset ist hat den geist aufgegeben und das mikro ist zu schwach jetzt renne ich hier rum wie mitarbeiter vom callcenter von baate use okay geht aber auch und macht wichtig wir haben oder unser ziel ist es ja die nächsten wochen die setups etwas einfacher etwas kürzer und nicht so kompliziert zu verfassen wenn das auch in eurem sinne ist die jetzt hier als gäste da sind und nicht als gebuchte gäste von unserem kleinen illustren haufen wir gehen ende der woche auf tour wir werden mal gucken wie ich das nachher noch finde das bild finde von der tour dann werde ich euch das noch mal kurz zeigen was wir vorhaben was wir auf dem deckel haben dieses jahr in begleitung mit fxz und mit nelsen nelsen bleibt zu hause gott deswegen will ich ja nicht im auto haben werden wir auf wohnmobiltour durch das baltikum gehen da skandinavien gesperrt ist und in dieser zeit haben wir gesagt wir werden uns kurz knapp und knackig halten wir haben die problematik erkannt dass er wie soll ich das erklären es kommt immer es kommt immer wieder gleiche vor ich mache diesen job jetzt seit 15 jahren wir betreuen ja nun ein haufen leute und immer wieder verfällt man in alte muster und das passiert auch uns das passiert euch auch noch in 20 jahren passieren also mich hat das hier jedenfalls seit 15 jahren nicht verlassen man hat ein klares regelwerk oder ein ziemlich klares regelwerk wenn man sich darauf konzentriert kann man mit zwei drei positionen am tag sein tageseinkommen sichern aber was macht man man verfällt immer wieder in die gleiche richtung in die gleichen muster in die gleichen fehl muster hier noch was zu probieren da noch was zu probieren da noch was zu probieren woran merkt man das man merkt es bei uns da wir untereinander recht gut kommunizieren auf jeden fall kommunizieren viele mit mir das dann immer so stück für stück frust aufkommt zu merken war es auch gestern wir haben gestern punkt a und da gehe ich gleich mal intensiver drauf ein unsere positionen im euro gestern morgen platziert dann sind wir das erste mal ausgestoppt worden und dann sind ein paar vertreter von uns oder ein paar mitglieder von uns dann direkt wieder in den markt und jetzt gucken wir uns gleich mal an warum wieso weswegen warum solche muster passieren müssen oder dürfen im pater noster club richtig dort kommunizieren wir über solche geschichten sehr intensiv parallel dazu haben wir eine position im dax eröffnet die uns wirklich nerven gekostet hat bis zum abwinken dieses gerangel gerangel zwischen 12.300 und 12.430 war schon eine zerreißprobe um diese zerreißprobe zu beenden habe ich die position heute früh offiziell geschlossen ein teil gestern nacht aber auch das wollen wir erklären kommen wir zu der praxis weil ich glaube wegen der praxis sind die meisten hier oder also der überwiegende teil die meisten lauern noch drauf dass hier irgendjemand auf den knopf drückt damit er auch auf den knopf drücken kann wenn er ehrlich ist oder seid mal seid mal ehrlich warum warum seid ihr warum warum seid ihr hier seid ihr hier um was zu lernen habt ihr einen schreibt einen schreibblock auf dem schreibtisch liegen oder tippt ihr mit könnt ihr könnt ihr blind schreiben also im nicht so wie ich im adler suchsystem immer mit einem mit einem finger über die tastatur kreisen sondern blind schreiben und lernt ihr richtig was oder seid ihr eher hier zu hatten ich guck mal wenn der um den knopf drückt das funktioniert meistens das mache ich einfach mal mit so so hier schreiben ein paar lernen richtig groß außer fräulein karsten sie will nur meine stimme morgens hören okay zettel und marken notieren okay dann stürzen wir uns mal auf die märkte nur ich habe den vorspann heute nur gewählt damit ihr merkt wie wir was wir die nächsten wochen machen werden nelson setzt ja die webinare immer glaube ich für eine stunde an oder ich frage ihn immer zwischendurch was ich will immer mal gucken ob er überhaupt noch da ist oder ob er gerade die fußnägel sauber macht so wie wolle sonst naja ich verstehe deine test schon nein nein ich bin aufmerksam ja eine stunde wird immer angesetzt ja also wenn wir auf tour sind werden diese webinare kürzer ausfallen punkt a spart das datenbelumen punkt b werden wir uns auf das wichtigste konzentrieren äh so ich will lernen und verstehen warum und man wann auf den knopf drückt ja thomas deswegen bist du ja bei unserem häufchen gelandet hier ne äh aber auch verstehen weil es sonst auch recht nervig ist konnte man gestern auch sehen mit schreibblock bewaffnet zum lernen hier sagt die an katrin schönen gruß an den herrn papa mit dem habe ich gestern telefoniert mit meinem plan vergleichen ich bin hier um an deinem üppigen erfahrungsschatz teil zu an meiner an meinem üppigen erfahrungsschatz ich gehe ja nun mit riesen schritten auf die 60 zu auf einen gewissen erfahrungsschatz kann ich zurückblicken in verschiedenen ebnen wenn man das so sagt studiert habe ich an der universität des lebens so ungefähr okay wir haben hier den euro us dollar der diese abwärts bewegung die haben wir vor letzten freitag hier nach unten definiert ja dann nach unten gemacht und die ist immer noch dominant hier im markt diese position ich muss zwischendurch nur mal im chat hier ein paar sachen beantworten so zack wir haben diese dominante nummer hier diese bewegung ich versuche jetzt einfach nur mal zu erklären wie ich das aus dem markt lese was ich lese diese kerze hier ist uninteressant ich meine die war abends das war der zinsentscheid spielt für mich nicht die geige diese bewegung hier da das ist die erste bewegung und das hier ist die zweite bewegung exakt passt auf den tick genau auf den tick genau diese bewegung und diese bewegung nach unten gemacht seitdem ist der euro in sich gefangen das erkennt man manchmal zu spät auch als etwas versiertere händler sieht man solche sachen manchmal etwas zu spät da hätte man diese nummer hier etwas besser durch handeln können aber wir konzentrieren uns ja auf kurzfristige set ups und diese kurzfristigen set ups sollen uns 12 13 14 punkte am tag bringen die selbst mit einem standard lot gehandelt und ein standard lot kann man locker auf einem 3.000 oder 4.000 euro konto handeln wenn man ein standard lot benutzt und 12 bis 15 punkte macht darf man nicht vergessen sie das 120 bis 150 euro die man damit in den morgenstunden verdienen kann ich glaube nicht dass viele leute die hier anwesend sind mehr verdienen und dafür den ganzen tag zur arbeit gehen gut außer nelsen nelsen sein 80.000 euro monatsgehalt und seine 156 tage urlaub müssen ja auch aus irgendwas finanziert werden deswegen versuchen wir oder suchen wir uns hier kurze set ups gestern waren wir wohin gerichtetgod welche hauptrichtung war gestern vor uns ausschlaggebend Welche Richtung waren wir orientiert? Was haben wir zu Long gesagt gestern? Ich verdiene 200 am Tag als Schweizer noch unteres Niveau. Was war zu gefährlich? Markus Z. Unteres Niveau, genau. Vor drei, vier Jahren hat man meinen Banker bei mir angerufen und hat gesagt, Herr Helbig, ich glaube, Sie leben über Ihre Verhältnisse. Da habe ich gesagt, jo, da haben Sie recht, aber unter meinem Niveau. Was war zu gefährlich? Markus Z. Es tut sich hier noch nicht viel, deswegen können wir uns noch entspannt darum kümmern. Gut, wir kümmern uns um, was haben wir? Das ist heute. Machen wir erst den Plan für heute, oder? Erst heute oder erst gestern? Erst gucken, was gestern schief gelaufen ist oder was gestern nicht beachtet wurde oder wurde erst den Plan für heute? Lasst mich doch nicht so alleine hängen, macht doch auch mal mit. Gut. Gut. Ja, der kommt auf jeden Fall, Andreas. Gut. Plan für heute fassen wir uns relativ kurz, oder? Wo habe ich den jetzt? Den habe ich doch schon fertig. Da. Da haben wir ihn. Da wir in dieser 1-Stunden-Kiste hier gefangen sind, vermute ich, dass wir eher noch mal nach oben gehen und merken uns für oben die 1,1292 wiederum. Warum? Wir haben diese Abwärtsbewegung, die wir von oben nach unten gemacht haben und haben beide Male jeweils erst hier einen Fehlausbruch hingelegt und dann das gleiche Muster gestern hier unten den Fake hingelegt. Erste oben, das stinkt danach, dass wir uns in eine Range begeben oder dass wir uns hier in dieser Spanne 1,1340 bis 1,1220 ungefähr noch ein bisschen rumtreiben werden. Dem zugrunde gelegt können wir heute eventuell beide Richtungen ins Auge fassen. Demnach haben wir Plan A, der laufen dürfte bis in diesen Bereich, rote Strecke. Dann exakt zügig nochmal darunter und dann nach oben. Das wäre Plan A, heißt, wenn er hier hochgehen sollte, Umkehrformationen liefert und das schauen wir uns gleich mal an, wie das gestern funktioniert hat. Andreas, 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 Andreas. Ich dachte, du stotterst nur beim Sprechen, aber du stotterst auch beim Schreiben. Du stotterst erst in Klatte, oder? Ja. Okay. Besser. Gut. Also, Plan A, hoch bis 61,76. Ich glaube nicht, dass er über die 83 geht. Und dann wieder runter. Hier unten in diesem Bereich kann man sich Positionen zum Drehen suchen. Das, wenn er hier hoch läuft, in dem Bereich 1,1276 bis 1,1283 sind schöne Shortmarken. So, Shortmarken 1,1276 bis 1,1283. Dann, Max, 1,1282. Ups, falsche Farbe. Das hast du aber blau geschrieben. Ich habe das jetzt der blauen Route zugeordnet. Das passt aber nicht mit dem Bild, was du da gemalt hast. Okay. Könnten Sie erklären, warum Plan A so laufen sollte? Weil meine Marken das so hergeben. Wir haben ein bestimmtes System dahinter. Hinter unseren Marken. Meine Marken erarbeite ich mir jeden Morgen. Deswegen bewege ich mein kleines Erschlein morgens sehr zeitig aus dem Bett. Erarbeite ich mir meine beiden Routen, die möglich sind. Einmal Route Rot. Ich habe, um diese Marken zu erkennen, mir diese Routen zu erarbeiten, circa acht Jahre gebraucht. Das kann man bei uns lernen, wenn man das dann möchte. Danach Long von 1,12,09 oder sogar 1,12,02. So, noch die Reihenfolge sortieren. Okay. Diese Nummer kann man dann dementsprechend mit Limit Pullbacks versehen oder sich das Kursverhalten an diesen Marken anschauen. Man sieht zum Beispiel so eine Marke hier, so eine Kerze hier. Kann man die erkennen? Mein Köpfchen habe ich nur weggenommen. Warum ich mir dann heute Morgen die Haare gemacht habe, wenn es sowieso keiner sehen will. Das Näschen gepudert. Im Gart-Haar-Studio gewesen. Wenn wir zum Beispiel an solchen Marken solche Kerzen kriegen hier, solche, dann sollte man überlegen, darüber seinen Stop zu platzieren und den Stop nachzuziehen und so eine Dinger rauszuschmeißen. Okay. Machen wir Route B, bevor die anfängt zu laufen. Die dürfte in diesen, und die machen wir mal blau, so, da haben wir die blaue Route. Die dürfte auch bis in diesen Bereich da runter gehen und danach ebenfalls hier hoch an diesen Bereich. Und an diesen beiden Kernmarken wird die Entscheidung für die nächsten ein, zwei, drei Tage, wenn nicht sogar für die nächsten Wochen fallen. Und deswegen müssen wir diese Linien hier mal etwas fetter machen, damit wir die auch besser im Blick haben. Diese beiden. Diese beiden Linien sind das Zünglein an der Waage für die nächsten ein, zwei Tage. Ja, das fragen wir uns auch. Sind dann die Einstiege besser, wenn die Nase gepudert ist? Na, selbstverständlich. Das Auge handelt mit. In beiden Fällen würde ich, je nachdem, wie zügig die Bewegungen sind, sitzt man dann immer noch an der Kiste oder nicht. In beiden Fällen würde ich diese Zone als Hauptzone bezeichnen. Die 1,12,09, 1,12,02 als Umkehr, als Reaktionspunkte für eine Umkehr nach oben und die 1,13,19 als Umkehr nach unten. Geht der Kuss, egal in welche Richtung, recht zügig, auch massiv durch, massiv durch, dann sind die Umkehrnummern hier logischerweise hinfällt. Schauen wir uns das Gebilde im DAX an. Da haben wir es. Ich habe die Bilder von den letzten Tagen hier drin und habe sie so gelassen. Den Euro von gestern machen wir gleich. Also nicht nervös werden, okay? Unsere Gebilde, die wir gezeichnet haben. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Ich werde gleich einen Teil davon löschen. Wer kann die Bilder noch nachvollziehen? Gut. Wir haben hier einen bestimmten Bereich, den man abhandeln konnte. Und zwar habe ich übersehen, dass wir hier eine saubere inverse SKS hatten, die das Maß vom Kopf zur Nackenlinie abgetragen und dann dupliziert nach oben ergibt die 1,12,1,58. Die 1,12,1,58 als Marke. Diese Linie habe ich nicht heute Morgen eingezeichnet, sondern die ist seit vorgestern da drin. Seit vorgestern sind diese Linien drin. Könnt ihr das bestätigen? Habt ihr vielleicht sogar noch Bilder davon? Ich glaube, vorgestern Namberdach haben wir das gezeichnet. Dann haben wir gestern uns diese Muster hier gezeichnet. Wir haben gesagt, hier können wir das ganze Spiel umdrehen. Diese inverse SKS hier nehme ich mal raus, okay? Dann macht die euch jetzt nicht so wuschig. Ich wollte nur erklären, was man handeln konnte, wenn man es pünktlich gesehen hätte. Ich habe diese inverse SKS am Montag übersehen. Das war teuer. Die lasse ich mal drin. So, unser Muster war hier dann auf eine SKS gebaut. Dass wir gesagt haben, wir gehen hier runter. Da haben wir angefangen, das Ding zu zeichnen. Wir gehen hier runter, gehen dann da hoch und ballern dann nach unten durch. Gestern früh haben wir dann festgestellt, dass diese Nummer sich wahrscheinlich ein bisschen länger hinzieht. Dann haben wir gestern wo geshortet? Den DAX. Wer weiß es noch? Wer war dabei? Wir haben gestern eine Short-Position platziert. Haben die auch ausgezittert den ganzen Tag und hatten zwei Ziele auf dem Deckel. Jens Frauke hat es sich gemerkt. Wo gab es gestern das Webinar? Mit unserer Community, mit unserem Pater Noster Träder Club machen wir fast jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Früh Webinar. Und einige Male sogar nachmittags nochmal in dem Bereich um 15.15 Uhr zur US-Eröffnung. Mit unseren Mitgliedern im Club, mein lieber Marco, 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 Marco. Du wohnst wahrscheinlich in der Nähe von Andreas, 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 oder? Marco, 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 Marco? Ja. So, Ziele 12.72 und gestern haben wir sogar die 12.150 aufgerufen. Die hier oder 12.158 hatten wir gestern aufgerufen mit dieser Linie, die auf jeden Fall angelaufen werden sollte. Diese Nummer hat gestern tagsüber wirklich massivst Nerven gekostet. Weil wir haben bei 12.350, 12.370 in diesem Bereich angefangen zu shorten und hatten unsere Stops da liegen. Über 12.450 haben wir die hier gelegt, da. Und ich weiß nicht, wie oft das Scheißding, sorry, wenn ich das so sage, wie oft dieses Scheißding gestern da hochgelaufen ist, dann wieder runter. Dann waren wir wieder knapp im Gewinn hier um gestern Abend oder späten Nachmittag. Dann ist er wieder 100 Punkte hoch, dann ist er wieder 100 Punkte runter. Ausschlaggebend war die Linie bei 12.158 und diesen Kanal, den wir eingezeichnet haben, gestern früh. Gestern früh haben wir diesen Abwärtskanal eingezeichnet, aus dem er nachher ausgebrochen ist und der auch den ganzen Tag über nach unten gedeckelt hat. Bei solchen Kanälen ist er aber ziemlich klar, wenn er in so einen Kanal wieder eintaucht, dann sucht er sich auch ziemlich schnell die Unterkante. Und die Unterkante traf hier heute Nacht fast da. Die Unterkante war bei 12.166, unsere Linie bei 12.158. Und das Low, weiß jemand, wo das Low war, über Nacht? Bei 12.158.55, 0,55 Punkte über unsere Linie. Ich habe gestern Abend hier unten an die Unterkante einen Limitpull weggelegt, habe einen Teil der Position rausgenommen, habe das aber dann so spät nicht mehr kommuniziert bei dem Pater Nostern, weil ich das Anspruchsdenken etwas zurückschrauben will. Das ist nicht böse gemeint, aber immer wenn ich abends um 10 oder um 11 dann noch was schreibe, dann kommt am nächsten Tag nachher, so spät gucke ich da nicht mehr drauf und einen Tag später heißt es dann, wieso hast du das gestern Abend uns nicht mitgeteilt? Sowas gewöhne ich mir einfach ab. So ein Arbeitstag muss nicht von morgens um 6.30 Uhr bis abends um 11 Uhr gehen. Deswegen sind wir ja keine Händler geworden, ne? Also, diese Nummer, diese Marke hier unten war durch den Kanal und durch diese Linie sauber gekennzeichnet. Den Rest habe ich heute Morgen geschlossen bei 12.290. Konnte ich aber erst, nachdem ich aufgestanden bin. Eher war das vor dem Aufstehen immer schwierig, eine Position zu schließen. Von der 12.350 kommend bis zur 12.92 sind immerhin 60 Punkte. Ein Teil haben wir da unten rausgeschmissen. Aber jede schreibt ja unsere Performance mit. Die 12.71 da unten zählt nicht in die Performance, da ich sie nicht kommuniziert habe, sondern in die Performance zählt nur der Ausstieg an der 12.290. Ich hoffe, es ist für die anderen auch okay, wenn wir das so nutzen. Dann einfach mal Daumen hoch oder Daumen runter. Ja, nicht wie zu Hause in der Küche. Ja, Schatz, wenn ich nichts sage, schmeckt es. Kann man essen, ne? Das beste Lob an die Köchin. Kann man essen. Wenn ich nichts sage, schmeckt es. Wenn es nicht schmeckt, sage ich schon was. Nicht zusammengeschissen ist schon gelobt. Okay, also wir haben morgen Mittag großen Verfall. Vorbereitung auf den Verfall würde für mich heißen, ich warte weitere Shorts ab. Und zwar dieses Mal in dem Bereich 12.450, 12.470 besser. Oh, ein altes Bild. Ich weiß gar nicht, wann haben wir das hier gemacht? Am Dienstag früh, glaube ich. Shorts von 12.400, SL 12.550, BE unter 12.300. Sehr schön. Hat er eben nur nicht gezeigt, weil ich im 5-Minuten-Chart war. Und wenn ich hier vorscrolle, kann ich auch feststellen, wenn wir das gemacht haben. Dieses Bild hat wieder die Wirkung. Gucken, wo wir das geschrieben haben. Da, am 15. Klar. Dienstag früh. Unser Bild von Dienstag früh, wo wir das haben. Shorts 12.400, Stops an die über 12.550 und der 12.300 BE. Und dabei bleibt es auch, ich werde mich auf den Verfall in der Form vorbereiten, dass wir in dem Bereich 12.450, 12.500, eventuell sogar einen Spike über die 12.500. Da, ups, da nochmal hier schön oben drüber spiken, oben alles schön abräumen, die ganzen Shorties rausqueasen bis maximal so 12.55, 12.570. und dann die zweite Abwärtswelle einzuleiten. Okay. Dann machen wir das so. Und dann hätten wir noch Luft. Diese Welle hier, die er hier durchgezogen hat, nochmal nach unten zu duplizieren, aus diesem Bereich kommend. Und das ruft Ziele in dem Bereich 11.000 auf den Plan. Sind die 11.000 realistisch? Sind die mit der Großwetterlage? Die ist schon durch, mein lieber RZ, Lieblings-RZ. Ist die 11.000 realistisch? Dazu geben wir mal eine Zeiteinheit höher. Und wenn wir uns diese Zeiteinheit höher anschauen, hier haben wir die, das Tief, was wir daraus errechnen, ungefähr bei 11.100. Und dann müssen wir die Gegenprüfung machen. Zack, deckt sich das eventuell. Und dann sehen wir, dass wir genau in diesem Bereich knapp unter der 61.8 sind, aus dieser Bewegung. Diese Bewegung in einer Strecke sollte in zwei Gegenbewegungen, zwei Wellen auskorrigiert werden. Auskorrigieren heißt, erste Welle, Korrektur, zweite Welle. Elliot. Erste Welle, Korrektur, zweite Welle. Das Ding läuft exakt nach Muster. Und demnach dürften wir unten dann Ziele haben bei 11.200 und 11.100. Diese Marken schreibe ich euch hier mal rein. Ziele der zweiten Welle 11.200 bis 11.100. Setzt euch hin, erarbeitet euch die genauen Marken bitte alleine. Ich mache das jetzt hier nur ungefähr. Ein bisschen was sollte er auch noch tun. Bei uns gibt es das Papier. In den Hintern abwischen müsst ihr euch alleine. So, damit haben wir den auch abgefrühstückt. Bevorzugt, bevorzugen werde ich solche Positionen ab morgen Mittag, wenn der Verfall durch ist. Dann schauen wir auf den Euro von gestern. Um diese Nummer noch auszuwerten. Und dann lasse ich euch alleine für den Rest des Tages. Das ist unser Plan von gestern. Wir haben gesagt, wir gehen short in den Bereich 1.12.80. Stops gehen auf die 1.12.87. Das ist der Plan von gestern. Die rote Route hat gesagt, okay, wir gehen short. Gehen dann eventuell wieder hoch und gehen dann runter. Die blaue Route hat gesagt, wir gehen hoch und gehen dann runter. Wir haben Long-Position in der blauen Route ausgeschlossen. Und selbst in der roten Route hätten wir von da aus erst runter gehen müssen, dann hoch und dann runter. Die blaue Route sagte, dass wir hier im Bereich 1.12.80 schorten. 1.12.87 haben wir zuerst den Stop gelegt, also sieben Punkte. Und den haben wir dann aus bestimmten Gründen auf 1.12.90 wieder verschoben. Dieser Stop hat bei Start der Position bei 1.12.90 gelegen. Was ist passiert? Wir sind dann mit dieser Kerze, wir sind dann weiter hochgelaufen und immer noch noch eine Lunte, noch eine Lunte, noch eine Lunte. Guckt euch das an, an den Marken 1.12.81, 1.12.85, die wir gestern Morgen eingezeichnet haben. Und dann noch eine Lunte, einmal kurz die 1.12.85 verletzt, da drunter wieder geschlossen. Dann wieder verletzt, da drunter wieder geschlossen. Dann wieder verletzt, da drunter wieder geschlossen. Dann das erste Mal da drüber geschlossen, dann wurde es etwas unsicher. Und dann haben wir diese Kerze gebaut mit dem High bei 1.12.93.8. Und danach haben wir einige aus unserer Community, aus unserer Gruppe von den Pader Nostern wieder geschaut. Woher kommt die 1.12.93.8? Um es ganz simpel, ich hinterfrag das jetzt mal und dann hole ich mir in der Zeit mal einen Kaffee, könnte ein bisschen nachdenken. Nelsen bringt mir ja keinen. Wo ist eigentlich dein Bild? Wieso sieht man dich nicht? Weil man sich beschwert hat, hat gesagt, mein Kopf stört. Ja, aber das war nur in der Situation, weil man die Zahl dann nicht sehen konnte. Da ist es. Wir können das ganz simpel machen. Ihr glaubt es nicht, ich wohne auf dem Dorf, aber wir haben elektrisches Licht. Jungs, hier sind ein paar Leute dabei, glaube ich, die jeden Morgen in dem Webinar sind. Ich habe vorhin gefragt, warum seid ihr hier? Um es auf Knöpfchen zu drücken, wenn ich aufs Knöpfchen drücke? Oder seid ihr hier, um zu lernen? Wer schreibt sich die Marken mit? Woher kommt die 1.12.93? Ich denke, ihr schreibt mit. Wie gesagt, ihr habt einen Schreibblock und so. Dankeschön. Nur deswegen bringt man mir morgens immer die... Ne? Moin, Nelsen. Moin. Hast du schön gemalt. Ja, ne? Ja, ich habe gedacht, ich werde, wenn das mit der Börse mal nichts mehr wird, dann setze ich mich irgendwie in Düsseldorf in die Fußgängerzone und male Leute. Mit dir habe ich angefangen. Bleistiftzeichnung. So. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier drin habe. Nein, habe ich hier nicht drin. Ich finde es aber gleich. Da auch nicht. So, das ist der Plan von heute, ne? Hier. Und jetzt gucken wir mal auf den 16. Hier ist der Plan vom 16. Juni. Also von vorgestern. Was steht da dick und fett drin? Alles, was wir... Was steht da? Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil, oder? Sorry, wenn ich das so deutlich sage, aber die Diskussion gestern war schon ein bisschen anstrengend. Wir gucken uns gleich das Muster nochmal an. Wir haben dick und fett. Vorgestern früh im Webinar haben wir dick und fett da reingeschrieben. Aufpassen, Spikes bis 112,92 sind möglich. Spikes bis 112,92. Bis darunter. Hier ist noch die Short-Position drin, die wir vorgestern gehandelt haben mit 22 Punkten. Auch hier an dem Tag sind wir zweimal mit plus 2 ausgestoppt worden. Und dann haben wir die eine Position von oben nach unten durchgehandelt, genau gemäß unserem Plan, so wie wir ihn hatten und wollten dann nach oben. Wir haben gesagt, hier unten Spikes bis 112,92 möglich. Wenn wir uns so eine Marken erarbeiten und sagen, Spikes bis 112,92 möglich, was heißt das denn? Was ist denn die 112,92? Wenn die Spikes bis dahin möglich sind? Ich habe das Bild nur rausgenommen von vorgestern. Bis 112,92 ist er gelaufen. Was heißt das denn, wenn wir da bei 112,92 die Marke aufrufen? Was ist das? Ja, ich arbeite zwar nicht unbedingt mit den Begriffen, Thomas, aber es ist richtig. Das ist logischerweise eine Unterstützung. Wenn wir an so einem Tag sagen, er darf da runterspiken bis an die 1,92, ist das logischerweise eine dicke, fette Unterstützung. Was wird aus einer Unterstützung, wenn sie kaputt gemacht wird? Und die wurde hier ja dann am 16. am Nachmittag kaputt gemacht. Was wird aus einer Unterstützung? Das wissen wir doch alle, oder? Ach was! Ja, dann wird das wohl ein Widerstand, ne? Ja, dann wird das wohl wie aus einem Wunder, aus einem U, ein W. Genau so ist es. So, wenn ich diese 112,92 im Kopf habe. Nochmal, bei uns gibt es das Papier. Den Hintern abwischen muss man sich zwischendurch schon mal leihen. Ich habe gestern Morgen extra bekannt gegeben, dass ich ein paar Arzttermine auf dem Deckel habe. Ich komme ja langsam in das Alter, wo man sich gerne mal bei den Weißkitteln rumtreibt. Langsam. Wie bitte? Alles gut. Langsam? Ja, langsam. Habe ich das richtig gehört? Keine Ahnung. Weißt du, woran man merkt, dass man alt wird? Nelson? Erzählbar. Wenn dein Hausarzt jünger ist als du. Und ich habe ab gestern noch gesagt, ich habe ein paar Termine, ich habe ein paar Arzttermine und kann mich da jetzt nicht groß weiter drum kümmern. Ich handel solche Sachen dann am Smartphone. Versuche so viel wie möglich noch zu kommunizieren. Von vorgestern die 112,92. Die ja, ich schiebe das jetzt mal ganz bewusst kleiner zusammen. Die ja nach dem massiven Bruch hier. Ne, wir gehen mal ein Chart zurück. Wo war das jetzt überhaupt? Ich glaube, hier hätte ich es drin gelassen. Da. Die ja nach diesem Bruch am 16. Nachmittags unbestätigt geblieben ist. Deswegen durfte er gestern auch noch mal da hoch. Und er hat nichts weiter gemacht, als den Bruch von der massiven 112,92 bestätigt. Und dann gucken wir uns das hier in fünf Minuten gestern früh an. Unser Fehler, den wir gemacht haben, war, als wir bei der 112,80 rein sind, den Stopp auf die 112,90 zu legen. Weil wir da diese Nummer auch ich aus dem Auge verloren habe. Wenn ich aber dann sehe, dass er die 112,92 anläuft. Und ihr könnt mir glauben, ich habe solche Marken ganz gerne im Kopf. Mein Gehirn funktioniert da teilweise noch ganz gut. Wenn ich dann sehe, dass er an solchen Marken mir so eine Kerze liefert hier. An der 112,92 liefert er so eine Kerze und macht das High bei 112,93,8 und das Low bei 112,90. Die 112,92 ist genau hier in der Mitte. Dann gucke ich mir was an. Was kann man dann tun? Das ist allerdings Arbeiten im Chart. Wenn man natürlich dann bei dem Sabbelkopf-Helbe hier im Webinar ist und sich zwar ein paar Marken aufschreibt, aber dann das Webinar eine Stunde oder ein paar Minuten früher verlässt, weil man zum nächsten Webinar rennt, um sich dann die nächsten Marken aufzuschreiben, dann muss das in die Hose gehen. Wenn man Skilaufen lernt als Beispiel, dann nimmt man sich auch einen Skilehrer und lässt sich auf den ein. Und mit diesem Skilehrer macht man dann zwei, drei Tage irgendwie seine Skiübung. Oder nehmt ihr jeden Vormittag und jeden Nachmittag einen anderen Skilehrer, wechselt den fünf, sechs Mal in der Zeit, wo man Skilaufen lernt. Oder Surflehrer, Kitesurfen oder egal, was man heute alles macht, was man alles lernen kann. In der Schule habt ihr auch nicht den Mathelehrer jeden Tag gewechselt. Ihr habt den Lehrer von Fach zu Fach gewechselt, ja. Bio macht immer wer anders als Chemie, war bei mir in der Schule auch so. Aber Mathe hatten wir immer ein Jahr lang den gleichen Lehrer. Warum? Weil wir von ihm das Gleiche lernen wollten. Aber hier an der Börse wollt ihr ja alles, ne. Ihr wollt ja Biochemie, Mathe und Deutsch und so weiter, alles in einem, ihr wollt ja auf allen Fachgebieten, wollt ihr dann Profis werden. Und deswegen springt man von einem zum anderen. Man hätte sich unterhalb der nächsten Kerze nach der Umkehr wieder einstoppen lassen können. Und dann ist das so. Jede, dich verstehe ich gerade nicht. Wolltest du mir zeigen, dass du ein O auf der Tastatur hast oder was? Hat gerade so geschrieben mit zwölf Os. Was macht man hier in so einer Phase? Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder sagt man, okay, ich habe hier eine Umkehrkerze. Hier. Und lasse mich direkt da drunter einstoppen. Das wäre natürlich die einfachste Lösung. Oder man guckt sich eine Etage tiefer an. Da. Und dann sieht man, dass wir genau da, wo wir diese Umkehrkerze hatten, hier oben, bis dahin haben wir einen stabilen Trend. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung und spätestens so in so einem Bereich, wenn dann der Trend massiv gebrochen wird, hier wirklich mit Schmack ist, hier der Trendbruch vollzogen wird. Und wenn ich dann in ein Minuten mit den 5 Minuten abgleiche, das eine mit dem anderen und dann mir die 5 Minuten Kerze und die 1 Minuten Kerze anschaue, dann sehe ich, dann sehe ich die Kombination, dass die untergeordneten Händler einen Trendbruch haben und die übergeordneten haben eine Umkehrkerze. Und diese Nummer kann ich mit einem kleinen Risiko shorten. Solche Sachen nutze ich, um das kleinste Risiko hinzubekommen. Klar sind wir gestern Morgen bei der ersten Position hier rausgeflogen mit 10 Punkten Verlust. Aber die zweite Nummer, die wir hatten, Shortmarken 1,1276, 1,1283, dann maximal 1,1202. Ach nee, das ist von heute. Wo haben wir das von gestern? Da, Shortmarken 1,1280, circa, circa, Ziel 1,1253, SL 1,1290. Gut, das hat jetzt um ein, zwei, drei Punkte nicht geklappt, aber danach BE, wenn Schlusskurs 1,1273 im 5-Minuten-Chart da ist. Das war unser Plan. Wir haben ganz bewusst nicht groß über den Long-Plan gesprochen, weil diese Nummer sich gestern Morgen hier im Webinar schon ergeben hat und sich dann daraus diese Marken hier unten ergeben haben. 1,1240, 1,1220. Und ich habe meine Position dann gestern bei, ich muss jetzt nachgucken, ich habe es bei Slack kommuniziert. Genau, Short zum Euro schmeiße ich jetzt raus, um 13.07 Uhr habe ich es kommuniziert. 13.07 Uhr, also da, 14.07 Uhr, da. Genau in diesem Bereich 1,1240 ist meine Position mit gut 40 Punkten rausgeschmissen. Okay. Und jetzt haben wir dafür jetzt unseren Plan von heute. Davon könnt ihr euch jetzt bitte einen Screenshot machen und dann haben wir die Stunde heute voll. Wie wir uns so eine Marken oder wie wir sowas genau handeln. Wir haben ja zwei Regelwerke. Wir haben einmal das Regelwerk Euro Pro und wir haben einmal unsere Zielbereiche. Wie man dieses richtig anwendet oder so, nicht richtig, andersrum. Wie ich diese Regelwerke anwende. Wann wende ich diese Marken an? Wann wende ich Euro Pro an? Das Regelwerk Euro Pro an? Wann wende ich beides an? Wenn ja, dann wo? Wie kann ich das eine mit dem anderen verknüpfen? Und, und, und. Dazu machen wir ein kostenpflichtiges Webinar am 30.06. Den Link dazu schicke ich nachher an Nelson. Den packen Nelson bestimmt mit in die Nachfass-Mail, oder, mein Lieber? Schon wieder weg. Nein, nein, ich bin da. Mache ich natürlich. Okay. Okay. Dann werden, dazu arbeiten wir genau aus, wann benutzen wir diese Marken hier und wann benutzen wir Euro Pro und wie benutzen wir es in der Kombination, um die Position zu vergrößern. Wenn Interesse da ist, wie gesagt, ihr kriegt einen Link von Nelson zugeschickt. Und von uns könnt ihr, mein IT hat ihn gerade nochmal hier reingesetzt. Das mache ich auch und sende den mal an alle. Da ist er. Da kann man sich anmelden dazu. Und da ist auch die Beschreibung, genau was wir hier vorhaben. Okay. Das ist unser Plan für heute. Ihr seht, es bewahrheitet sich, dass der Markt etwas ruhiger bleibt, etwas ruhiger wird heute, so wie es aussieht. Und die alten Marken oben nochmal angelaufen werden, so wie es aussieht. Und wir dann auf den Verfall warten. Und damit will ich mich jetzt verabschieden. Die Stunde ist rum. Wir haben sie ja voll gekriegt. Und ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere mitnehmen. Wenn ich euch zu schnell spreche, weil ihr nicht so schnell schreiben könnt, dann müsst ihr mir Bescheid sagen. Dann spreche ich es nächstes Mal noch schneller. In diesem Sinne sage ich danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen was näher bringen. Und wir sehen und hören uns wahrscheinlich wieder nächste Woche, oder? Nelson, es ist der 25., oder? Ich habe es nicht im Kopf. Ich schaue mal ganz schnell. Wir sind im Juni. Genau, 25. Gut. Dann sehen und hören wir die Gäste wieder hier am 25. Und den Rest sehen wir ja dann schon nächste Woche Dienstag wieder. Dann aus dem Wohnmobil, wenn wir schon unterwegs sind. Sind aber eventuell zwischendurch nochmal ein, zwei Tage zu Hause. Okay, in diesem Sinne, euch jetzt einen schönen Tag. Bleibt sauber, die Marken habt ihr. Und vielleicht können wir den einen oder anderen ja sogar überzeugen, unseren lusteren Haufen, unsere Community hier beizutreten. Wir freuen uns immer um Zuwachs. In diesem Sinne, schönen Tag. Tschüss, tschüss. Moin, moin. Euer Thorsten Helbig. Super, vielen Dank, Thorsten. Wir wünschen dir auch natürlich einen schönen Tag, einen erfolgreichen Tag. Und das wünsche ich allen Teilnehmern selbstverständlich auch. Fassen Sie auf Ihre Positionen auf. Und ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Bis dann. Tschüss. . Tongassans, . . . .